das ist mit den doc tags einsammeln jetzt muss ich leute töten in der nähe von meinem feedmark sind das klingt unmöglich ich habe meine mine die kann ich dann kann ich dann schön schön schmeißen ist die lmg die zielzeit auch langsam da muss man schon wissen ob ein gegner um die hecke kommen wird du da bist du oh da rennt einer mit granatwerfer rum das ist für dich max der ist für dich ich heißen das ich weiß nicht einer schlafen wir uns ist der tote sterben ich auch nicht ich habe ihn gerade trotzdem werden wir das ziel das haben klappt das haben noch ein paar nicht noch nicht begriffen das ist der karte sieht es aus als wäre es eine schwierige sache ich bin immer wieder beeindruckt von diesen furchtlosen messersäben also der mit dem kradatwerfer hat echt spaß ich sehe schon das muss man echt mal ich glaube das muss man auch mal machen st du ich ja auch ju ich 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 okay ich 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 es alter falter schade ich habe eine kiste die wir hoch jagen müssen ist die kiste jetzt hochgejagt ja die ist schon hochgejagt die kommen wieder von hinten die Da ist er. Das ging schnell. Oh, das bin ich. Oh, krass mit der NG. Ja, ja. Ja, der war echt gut. Siebener Kirstchen. Ja. Krass. Ja, die ist gar nicht so schlecht. Es lohnt sich. Ja. Ja, das war echt geil. 125 Schuss. Das brauche ich. Da gibt es extra Schuss drauf. Hm. Nicht schlecht. Ich habe auf jeden Fall die Kirsten ausgerüstet. Ob ich jetzt auch meine Zombie-Camouflage aufgelegt hätte, weiß ich allerdings nicht. Noch nicht. Noch nicht. Sehe ich gleich. Ja. Nee, habe ich nicht. Ja. Damit ist das Spiel verloren. Na, geil. Sag doch sowas nicht. Quatsch. Team Deathmatch. Okay, Team Deathmatch. Sehr komisch. Ja. Ach nee. Das war einfach komisch. Dachte, ich hätte direkt auf ihn gezielt, aber... ...entscheidend nicht. Bestätigt. Bestätigt. Bei dem Haus sitzen Leute. Na, ich hätte mal wenigstens einen kriegen sollen. Die verschanzen sich komisch, ne? Warum? Warum? Frage ich mich. Ja, man ist für uns. Ich glaube auch. Da gilt es nur eins. Nur eine Sache, die man tun kann. In die Luft fliegen. Ja, nur ein bisschen Pfeil, ein Tiefschlag. Sehr gut. Sitzen nur oben am... Na ja, oben ist einer da. Ah, shit. Den müssen wir als erstes kriegen. Ja, da war eine Mine. Ich glaube das nicht. Die haben echt eine Mine da hingelegt. Die sind in dem Haus gegenüber, weil die... Die haben das falsche Haus markiert. Da drüben sind die drin. Na ja, das ändert sich ja auch irgendwie immer die ganze Zeit, ne? Die wechselt ja auch. Die haben die Führung. Okay, jetzt gibt es Ärger. Ja? Die haben es ja gewollt. Die haben es ja gewollt. Die haben es ja gewollt. Okay, die haben es ja gewollt. Ach. Alter, was lässt du denn da reden? Wasbrot. Oder Leberkäse. Wasbrotwurst. Genau kann man das... Genau kann man das nicht mehr unterscheiden. Denke mal, es war... Wasbrotwurst. Die haben 19-G-Tore. Die haben 19-G-Tore zerstört. Ah. Ne, unser Helix. Shit. Abgelenkt. Abgelenkt vom... Von unserem Helix. Das geht ja gar nicht. Was? Wie kannst du sowas sagen? Hätte doch nie etwas Schlechtes getan. Hm, die haben so ein Ding da unten zu stehen. Trophiesystem. Hä? Da stand ich aber auch unwitzig. Aber ehrlich, unser Helix hat nicht viel gemacht. Hä? Der war schon fast tot. Ich schieße auf den und dann... Dann sowas. Weiter Wind oder so. Ja. Ich hab die Kosmonauten-Kamor. Ja. Wir sind ganz schön nah an uns dran. Mein Gott, ey. Komm' aber auch aus allen... Aus allen Bereichen, ne. Oh. Mit dem Spionage-Flugzeug-Einsatz. Ich bin breit aufgestellt. Naja. Ich bin breit aufgestellt, wie Western-Darsteller, würde ich sagen. Okay, man sollte aber auch nicht direkt in die Gegner reinlaufen, ne. Aber du musst losen lassen, ne. Und dann ist es okay. Dann ist okay, ja. Da steht dann im Flammenwerfer oben an der Treppe. Okay. Im Flammenwerfer. ok ich war auch hinter dir im haus man schon wieder ein trophiesystem gestellt vielleicht mit dem system ich habe doch da hat er mich das ist immer oben dieser blöde scharf gesagt wir müssen noch mal das bin ich mit einer wunderschönen nummer herzlichen glückwunsch das war gut ich mag die snapper die da oben sitzen nicht